In den Grand Prix de Ressage im Championnat der Berufsreiter begrüßen wir 601 Weltklassiker, 17-jähriger Oldenburger, vor Weltweg 2, Muttermann der Klassiker, im Steinfeld von Paul Schockenhöhe bezogen, im Besitz des I7 Hof Kasselmann und Ihre Nummer 2 empfiehlt heute Jacka Kasselmann, Reitsporttum Osterbutterland. Bitteschön. 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 Horses and Reeves traditionell, das erste große Ereignis der grünen Saison. Es fasst auch vom Wortspiel her, das sogenannte erste Säpel-Rasseln auf dem Vierdeck. Gerade verlässt die Stadioness des letzten Jahres direkt eher mehrfach. Im Sonntag ist die Finale schon dabei, zweimal in Silber gewohnt. Nun sein Auftritt mit 410, noch um den 18-Jährigen von dem Warnbilde von Cäsar Bardino. Johannes Augustin, reine Pfarrfeind, Metzlade, auch im letzten Jahr im Finale dabei. Vodohie für Bianca Kasselmann, 71,49%, 1680 Punkte, das ist die neue Führung. Spaens June 6,845, 97,07% bei E, 73,75% bei H, 70,85% bei C, 72,77% bei F, 70.